Der Kerngedanke des Entwurfs ist eigentlich, dass die Landschaft, die Natur, die Architektur erobert. Fällt mir als Architekt schwer, aber Sie sehen hier, wie die Grünbeete gehen auf diesen sogenannten Greenscreens über das Gebäude hinüber. Das ist eigentlich unsere Kernbotschaft. Städte müssen grüner werden, der Lebensraum wird dadurch wertvoller und lebenswerter für die Menschen. Und jeder kann dazu beitragen. Wir zeigen, dass es easy ist und dass die Zukunft dadurch positiver sein wird für uns alle und besonders für unsere Kinder. Das ist die Stärke des deutschen Parlaments, dass wir eine schöne Geschichte haben, das haben die meisten anderen nicht. Wir erzählen, dass wir, wie China auch, aus den 60er Jahren aus einer Industriegesellschaft uns entwickelt haben, weiterentwickelt haben. Und dann kann man nachverfolgen, wie wir daraus in kleinen Schritten eine grüne Zukunft definieren und aufzeigen. Mit nachwachsenden Rohstoffen, mit viel Grün, mit Dachgärten, mit Fassadenbegrünung und so weiter.